Ja, weil bei der Gesellschaft heutzutage ist sowas einfach nicht manchmal angebracht. Du sagst deine Meinung und es juckt, sag ich mal, dann pilken die Leute so trotzdem. Also, es ist ein ganz heikles Thema, Freunde. Es ist echt heikel so. Also, wir können gleich nochmal gerne beide Spiele nochmal hier in voller Länge reinziehen und dann kann ich gerne nochmal darüber so kommentieren. Und wer nach diesen zwei Spielen immer noch sagt, das verzeiht mir, dem ist wirklich dann nicht mehr zu helfen. So, da habe ich auch gestern nochmal dann gesehen, dass so Herrschaften wie so einen Pain dann einen Livestream raushauen. Der will, also, es ist richtig schlecht, was der Junge da betrieben hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, so richtig schlecht. Richtig schlecht. Also, wirklich dann schlecht war das nicht zu überbieten, was der Typ in seinem Livestream der Reihe raushaut, ne. Also, wenn man, das ist unfassbar schlecht. So, ich habe danach sogar noch mit ihm geschrieben und in irgendeiner Weise fast zu einem gemeinsamen Männer gekommen. Am Ende sagt er mir selber so, Tivis haben vielleicht in zwei, drei Situationen insgesamt vielleicht zehn Minuten auf Zeit gespielt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist auch der Fall gewesen. So, das... Wieso, wieso sagst du nicht sowas quasi im Screen? Wieso, wieso? Ganz komisch, Freunde. Ganz komisch. Ganz komischer Hase. Ganz komischer Hase, der Typ. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, richtig. Und dann gucke ich mir seine Spiele an, Freunde. Habe ich auch ein bisschen recherchiert, weil ich habe ja auch das Spiel von ihm gegen Erne gesehen. Da spielen zwei Top-Leute gegeneinander. Der Typ hat einen 30-0 geholt. Der Typ weiß, wie man FIFA spielt. Und der weiß auch, dass die Spielweise von Steini zu 100% falsch ist in FIFA 20. Wirklich. Meiner Meinung nach. Leider ist es so, Freunde. Das ist der einzige, der hier kritisiert werden muss. Ich mag ihn sogar, den Keller. Aber das ist der einzige, der in diesem Fall hier harsch kritisiert werden muss, weil er einfach ein Video bringt, welches nicht der Wahrheit entspricht. Und er schießt quasi so gegen seine Kollegen. Hääääh! Das ist ja schon wieder so, Momentum. Ich spiele E-Sport. Dicke, ich kann nicht sprinten, Leute. Ich drücke R2. Er sprintet nicht. Das ist jetzt die ganze Zeit so. Dicke, was passiert hier, Leute? Oh mein Gott. Klipp mal kurz, klipp mal kurz. Ja, ich sag doch, Junge. Hier passiert nur Scheiße. Dicke, aber... Hä? Hääääh! Hallo! Und meine beiden sind fast zu unbe... Bruder, wer so verteilt, ist er für mich kein FIFA-Spieler, Bruder. Der soll mal hier FIFA 14 gegen mich kommen. Ich nehme den, glaube ich, 6-0 auseinander. Also, guck mal, Bruder. Das ist ja kein Verteidiger, was der da macht. Und zack, ne? Da ist das Ding auch drin, ne? So, was machen wir jetzt, Jungs? Mann. Hihihi! Der hat mich zu viel abgefuckt, ja. Der hat genervt, Mann, ehrlich. Äh, nein. Ich hatte schon mal einiges haben. Soll ich den jetzt haben? Ich hatte mich zu viel Geld. aro, gardel... Alt und FIFA Deutschland. Unglaublich, was meine Spieler machen, ey! hey! Hih! Let's go! surra! worin er weisha? Check out the fire! Pfff! Bitte, äh, Clip, pal. Das wird wieder ein Gegentor, ich merke es. Ja, guck, ich kann nicht wegdrücken, das ist so lächerlich. Ja, rot. Alter, wenn das jetzt ein Gegentor wird. Das ist so typisch. Nein, das war kein Abseits, das clippe ich. Muss man mal ein Wängelig holen. Du bist nicht besser gezogen, oh mein Gott. Was? Was? Verstehe ich nicht. Wieso geht der nicht zum Ball? Wieso geht der nicht zum Ball? Wieso geht der nicht zum Ball, Bro? Was macht Kamara da, Mann? Ich hab, ich hab Dingsabum, so. Fred, genau. Egentor gemacht, Digga, ich bin's. Was? Egentor? Egentor. Was? Ist hier immer noch am Ball. Jetzt die Gelegenheit. Da gibt er jetzt Peter. Und jetzt könnten sie in den Rückstand geraten. Hey, mein Gegner macht Tor. Mein Gegner macht Tor. Schiri pfeift Elfmeter hin. Bezahlt steht, bezahlt steht, bezahlt steht. Ich hab 11 Meter geil. Neymar hat einfach mehr Likes bei Foodbun als Ronaldo und Messi. Neymar ist auch besser als Messi und Neymar. Äh, äh, ja. Neymar ist besser als Messi. Neymar ist Messi. Äh, äh. Ja, Alter. Ich wollte sagen, Messi ist auch besser als Ronaldo und... Hä? Oho, was laber ich da, Digga? Oh mein Goooood! Elkver. Ich bin ein verdammte Freiheit, dieses Spiel. Neymar. Nog verdient man. Nog verdient man. Ich hör das auch. Das war doch.